hallo und herzlich willkommen zurück zu lego fortnight wir haben ein bisschen bright core das war ich dann für 25 das reicht dicke was müssen wir was habe ich denn da unten da muss ich auf jeden fall noch hin weil da sind ja die obsidian tafeln ich brauche und wir brauchen noch oh man da habe ich aber jetzt nicht viel mitgenommen und diesem holz was holz da ja doch mal frost kiefer da nehme ich mal mit die gibt es ja da unten so gut wie nicht ich nehme auch noch mal ein bisschen knochenwurzel mit zäh holz wo ich zäh holz zur not da unten auch bekommen wo ich bin genau schmelzofen nix hier alles nehmen 14 obsidian nehme ich auch mit nehmen das ganze obsidian mit weil hier gibt es die ja ab nach oben wieso sind eigentlich hier keine wachen mehr was hier passiert wurden die alle erschossen komisch jetzt muss ich da oben das eisen noch rausnehmen haut ab die spinnen hier obwohl warte spinnen die essenzen nehme ich aber mit auch ich ja so kommt schon habe ich das eisenrein ich glaube im lager nehmen wir ja noch essen mit warum nicht pizza mit nee kann ich nicht kann ich nicht das ist doof müssen wir ein andermal mitnehmen wenn ich jetzt pizza mitnehme dann habe ich ein problemchen mit dem eisen ne eisenrein 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 dann ist hier ein ok alles nehmen das war jetzt nicht viel was kann raus ich glaube den panzer bricht noch weg wo waren denn die sachen drinnen panzer und der kram ja mach ich mal den stack noch voll den vielleicht auch die stäbe den lasse ich da und euch lasse ich da dann habe ich hier immer ein bisschen mit ja alles nehmen so ok das muss reichen ganz einfach ab zum buddel bus ach buddel buddel bus battle bus der battle bus ähm verlorene inseln zielort wählen und los geht's im kreativ modus sind das eigentlich nur fünf sekunden die man da warten muss na guck fliegen wir hier runter das ist schon eine strecke hier müssen wir hin ich glaube hier zack so kann ich jetzt die dicken kisten bauen jawohl kann ich schlachten bus spinnt danke dem busfahrer küchen kühlschrank hä blumen kühlschrank schlachten kurs mini was mini bar mini kühlschrank da passt was passt denn darin nix und der hier da steht auch nix bei schlachten bus spinnt hm ok was noch neu ah die doom sachen alles klar nur ein schlachten bus das sieht aus wie die rückwand von kleiderschrank das sieht aber aus wie die rückbank vom bus ja so viele sachen alles klärchen wir gehen nach wo ist grau süden müssen wir da da müssen wir hin ja mal gucken wie wir das da aufbauen die häuser für den strand sind alle gleich klein oder so eine große werkstatt müsste ich mir dann selber aufbauen ne da qualmt es schon warte mal ihr lebt doch hier drin ja ich lass die mal ihr ding machen da kann ich ja sowieso nix mehr machen aufträge brauche ich im moment keine ok ab in unser neues zu hause da haben wir auch unser bett glaube ich ne hier doch da ist mein bett ohr hüpfen ok und hier drunter ist nix ne wie das so schön am felsen hier angelehnt ist das finde ich richtig gut wieso ist mir kalt ach deshalb äh mach ich mal das hier jetzt ist mir nicht mehr kalt sehr gut erst ein paar banenchen ach die kanone so ein guter alter panzer äh 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 wir sind hier erst auf level 2 flanken und granit oh man granit habe ich ja hier gar nicht warte könnte das das lager werden nee 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 das wird auf jeden Fall kein lager das ist mir zu klein ist ja noch kleiner hier ah aber geht geht hallo ein schrank den ich nie aufmachen kann was war hier drin gedöns ja ist eigentlich alles zu klein um was vernünftiges aufzubauen ne hier ist das Torhaus und das hier sind alles kleine Gebäude und wenn ich jetzt mal gucke ähm Bilder wo waren die? da na das ist es eigentlich hier so ne die sind alle nicht größer die Kapitänsfestung könnte ich noch bauen das war es dann aber auch schon ja ok so planken wie waren es? äh 10 mach mir mal 10 planken ähm ok 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 ich brauche zuerst ne Kiste bei der Holzkiste kann man ja hier rein stellen aber ne ne das ist das ist mir echt das ist zu klein hier ist ein Bett ah hier ist ne Kiste ok packe ich hier mal Holz ran ja da nehm ich die Stäbe raus so das Lager hm ich das hier rein vielleicht das sieht doch gut aus für ein Lager dann legen wir mal los äh nicht zuletzt nee nee nicht zuletzt erst mal Filder weg nee ist es nicht Wurstkiefer habe ich jetzt gerade weggepackt ach man ey weil das das Lager ist was haben wir hier ne ist auch noch ein Bett könnte der Schlafraum werden eventuell warte mal hier ging es nicht hier hinten noch irgendwo hoch doch da naja und da ist mein Bett ne ne das ist nicht mein Bett ist da jetzt aber lieber hier hinten oh die Fenster sind zu weit oben da kann man ja gar nicht raus gucken was sind das für Fenster so Lager ich habe noch eine ich habe noch eine Effekt passt ähm Brightcore Eisen und alle Steinsachen so hier habe ich nochmal Eisen und Holz käme dann ja ich müsste das hier wegklopfen also Blanken mache ich jetzt brauche ich nur noch den kann ich nicht wegklopfen ne ne aua gar nicht aua so aufhübschen ne ne ich brauche noch ein bisschen mehr Granit der geht nicht der geht nicht was kommt hier raus zur Zeit nix sind die kaputt warte mal was ist denn hier los wieso kommen die Spinnen hier unten raus ja her damit ich brauche Punkte ach jetzt kommen sie auch hier raus was ist wenn sie sich einmal entfernt haben dann kommen sie da nicht mehr raus wo sie eigentlich raus kommen sollten und die verbuddeln sich ja immer wieder das hier finde ich gut hier so ne genial gemacht hier ist unser Lager sehr sehr schön wie das jetzt hey ich habe die Blanken nicht rausgenommen he 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 äh man so sehr sehr gut Rotstein 15 Blanken 25 Knochenwurzel 15 Blanken ok Rotstein 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 alles muss versteckt sein oder so äh Rotstein hier geh weg und diese Giftdinger so ist es steckt Ah, hier wummert es. Braucht doch nur Rotstein. Roter Stein, wo bist du? Glaube ich doch jetzt nicht. Skorpione hinter mir. Ja, ist gut. Machen wir es um Blatt. Die Säcke schmeiße ich gleich raus. Braucht kein Mensch. Aha. Ne, doch. Wie, da kam nix raus. Hallo. Hier Essenzen drinne. Ei, Kordel, Dynamit und pikanter Burger. Ja, gut. Aber keine Essenzen. Gemeinheit. Kein Rotstein. Guck mal da hinten auf der Insel. Da ist ganz viel. Das hier ist normaler Stein. Hier. Sehr, sehr gut. Was macht man eigentlich, wenn man auf der Insel den ganzen Rotstein aufgebraucht hat? Was tut man dann? Steine spawnen ja nicht nach. Das ist doch eine berechtigte Frage, oder nicht? Ist ja noch so ein Ding. Und eine Kiste? Was ist das denn? Hallo? Ich gucke erst oben. Brandet, Weizen, Mais, Pfeile. Sehr gut. Hier sind die Planken. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Mais kommt weg. Das kommt weg. Und dann nehme ich mir die Planken und die Knochenwurzel mit. Jo. Oh, Hallöchen. Nee, den mache ich jetzt nicht. Hm, guck mal. Das ist so ein natürlicher Torbogen. Vielleicht könnte man hier eine Mauer drum ziehen. Weil da hinten ist ja unser Dorf. Wenn ich hier so eine Mauer, hier ein Tor hin mache. Und die Mauer. Kommt alles noch. Warte mal, war nicht eben hier ein Spawner. Ein Spannenspawner. Wo ist denn der jetzt hin? Den habe ich doch nicht kaputt gemacht. Unfassbar. Creepy Castle. Genauso heißt unser Dorf. Rotstein, Planken und Knochenwurzel. Planken. Nehme ich hier raus. Und Knochenwurzels. Warte, ich esse dich mal. Knochenwurzel. Zwar in der Holzkiste. Okay. Dorf auf Level 2. 3. Perfekt. Nochmal 20 Planken. Und 10 Rotsteinblöcke. Da fängt es doch jetzt schon wieder an. Da fängt der Hamster schon wieder an zu humpeln. Hm. 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 Okay. Kann ich. Kann ich nicht. Weil ich noch Marmor brauche. Alter, ich habe alles mitgenommen. Außer Marmor. Na gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen nochmal. Bis dahin gehabt euch gut. Und Tschüss. Tschüss.